Weil die Quraysh haben auch gesagt, Allah bringt den Regen, Allah versorgt dich von oben und unten und so weiter und so fort. Obwohl, das ist schon heute verloren gegangen, ne? Tuhid-Rubbiya, also dass jemand daran glaubt, dass Gott ihn versorgt, ist verloren gegangen, oder? Weil wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, das Mädchen muss auf der Arbeit das Kopftuch ausziehen, da sagt der Vater, nein, was, du willst jetzt die Arbeit kündigen, weil du das Kopftuch nicht anziehen darfst auf der Arbeit? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie sollst du denn Geld verdienen? La ilaha illallah. Subhanallah. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er von so, wo er es nicht gedacht hätte. Mensch, hol deine Tochter weg von der Arbeit. Nächste Woche heiratet die gut Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nein, die muss erst mal hier. Ich weiß nicht, welche Krankheit das ist. Das ist so, wie so die Krankheit, mit der hat man sich eindeutig hier in Deutschland angesteckt. Die Frau muss erst mal die Ausbildung zu Ende schaffen. Ansonsten kann die nicht mit, oh Wallahi, ansonsten, ja, du musst erst mal die Ausbildung machen. Das heißt, du sagst, nee, Religion erst mal nach hinten, erst mal die Ausbildung. Hey Bruder, wenn, Subhanallah, wenn Allah will, dass deine Tochter den Job verliert, Es sind immer noch da jetzt im Moment verliegen. Mensch, mal was gelobend ist 1, was gegen Allah und Museum를 gingen. Also, was die authority sagt haben, ¡Main jahrzuk wygląda chum, dun, 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 so. Dun, 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 also, 1996 über irm desire und lebendis Hm. Nun, nein, Ça gibt, uh, "...인지 Jesus über goddess Blund. Und zwar, uns Khушка hin, dieses Bier, sprechen sich in der Himmel. Und zwarita,sten, warumALK olmayan sich wieder zu was es, Und wer hat Macht über Gehör im Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem lebendigen Profi und das Lebendige aus dem Toten? Und wer legelt alle Angelegenheit? Was sagen die Kufar? Die Kuraish? Was sagt Abu Lahab? Die im Feuer der Jehennem sind. Allah! Und was sagen wir? Der Arbeitgeber. Du sagst der Arbeitgeber. Ne, ich vergiss den Arbeitgeber. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Wo ist Vertrauen auf Allah? Achhi, deine Tochter wird heute ohne Kopftuch zur Arbeit gehen. Und morgen wird sie Michelle oder Stefan oder Peter oder Klaus kennenlernen. Und die wird dann irgendwo im Buchstuhut wohnen. Und was weiß ich? A'udhu Billah. In seinem Leben bis zu ihrem Lebensende. Und achhi, du bist dafür verantwortlich. Ja, Iyula-Vinam. Ku an fuzikum, an fuzikum wa ahlikum nara. Oh, ihr, ihr glaubt, hütet euch selber und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Achhi, wo ist das? Das war erst mal, ne, Ila, Ila, guck mal, was wir jetzt hier schon für Probleme haben. Guck mal, wo hier die Probleme sind. Wo ist Tawakul auf Allah? Wo ist das, dass man Gott auf Gott vertraut? Wo? Nirgendwo.